Hallo Leute, jetzt ist es soweit. Die erste Stadt in Deutschland hat nicht mehr genug Strom. Ach guck, aufgrund des verstärkten Einbaus von Wärmepumpen und Rekordeinwohnerzahlen droht der Stadt Oranienburg der Strom auszugehen. Die Stadt kann keine neuen Stromanschlüsse mehr genehmigen. Vor allem für Unternehmen wäre dies eine enorme Belastung. Der wirtschaftliche Standort könnte daran stark an Interesse verlieren. Demnach fehlt es im vorgelagerten Hochspannungsnetz an ausreichender Leistung, um die Stadt mit der benötigten Energie zu versorgen. Obwohl die Lieferengpässe bereits seit einem Jahr bekannt sind und die Stadt zuvor zusätzliche Kapazitäten gefordert hatte, mussten die Stadtwerke Oranienburg der Bundesnetzagentur am Montag mitteilen, dass nicht genügend Leistung für das wachsende Stadtgebiet bereitgestellt werden kann. Neben dem wirtschaftlichen Wachstum nennt die Stadt weitere Gründe für die Engpässe. Insbesondere der massiv gestiegene Einbau von Wärmepumpen hat zu Kapazitätsengpässen im Stromnetz geführt. Wen wundert's? Seit Amtsantritt propagiert Herr Robert Habeck von den Grünen ja vehement den Einbau von Wärmepumpen. Das Wirtschaftsministerium hat Gesetze für solche strombasierten Heizsysteme entwickelt, um bis 2045 klimaneutral zu werden. Tja, in Oranienburg scheint dieser Plan jetzt jeweils zu scheitern. Um das Stromnetz stabil zu halten, kann die Stadt ab sofort keine neuen Anmeldungen oder Leistungserhöhungen von Hausarztanschlüssen mehr genehmigen. Leute, es kann keiner mehr ein Haus bauen oder machen oder tun, so die Verwaltung. Dies betrifft sowohl den Neuanschluss von Wärmepumpen als auch von Ladeinfrastruktur. Toll für die E-Autos, wie die Stadt betont. Des Weiteren können auch neue Gewerbe- und Industrieflächen nicht mehr ans Stromnetz angeschlossen werden. Gut für die Wirtschaft. Die Lieferengpässe sind somit nicht nur für die Bürger, sondern auch für Unternehmen und infolgedessen für die brandenburgische Wirtschaft ein erhebliches Fiasko. So, jetzt warten wir mal ab, ob das erst der Anfang ist. Wenn ja, dann gute Nacht Deutschland. So, das war's mal wieder. Vergesst nicht vielleicht nochmal ein paar Kommentare oder ein Abo dazulassen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschau.